Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute habe ich eine wundervolle Einheit für dich, die super wohltuend ist für deinen Oberkörper, die gleichzeitig auch deine Arme und deine Schultern stärkt, ohne dass wir hier Liegestütz machen müssen. Du brauchst wie immer nichts außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper und eine Matte. Jawohl, und wir starten heute am Ende deiner Matte in der Hero-Pose im Fersensitz. Immer ganz bewusst deine Schultern nach oben und nach hinten, unten leg die Hände auf die Oberschenkel. Komm ganz bewusst hier in diesem Moment und auf deiner Matte. Mit dem nächsten Einatmen heb die Arme über die Seite nach oben an und ausatmen über die Seite nach unten. Bring deine Fingerspitzen auf die Matte und jetzt schieb ganz bewusst die Schultern nach unten. Einatmen, bring die Arme über die Seite wieder nach oben, ausatmen über die Seite nach unten, Fingerspitzen auf die Matte, schieb die Schultern nach unten. Einatmen, wieder hoch und ausatmen nach unten, diesmal nach hinten, verschränke hier hinten deine Finger. Immer, die Knöchel gehen jetzt nach unten Richtung Füße, schieb die Schultern weg von dir. Bring dein Brustbein nach vorne, Blick geht nach vorne. Atme weiter, mit dem nächsten Einatmen löse die Hände, bring die Arme wieder nach oben. Ausatmen, wieder über die Seite nach hinten, unten, verschränke hier nochmals deine Hände. Schau, dass deine Handflächen, deine Handballen sich komplett berühren und schieb noch einmal weg. Mach es ein bisschen intensiver, wenn du hier wirklich die Hände komplett zusammen hast. Und wenn du möchtest, heb auch gerne die Arme leicht an. Spüre die Weite. Möchtest du noch verstärken, dann schau nach oben zur Decke und schieb dein Becken leicht nach vorne. Mit dem nächsten Einatmen, komm zurück zur Mitte, ausatmen, löse die Hände. Einatmen, Arme gehen nach oben, ausatmen, über die Seite nach unten und setz die Hände auf deine Oberschenkel. Einatmen, bring dein Brustbein nach vorne, ausatmen, Runde ein. Verstärken kannst du das, indem du nach oben zur Decke schaust. Einatmen, hoch, ausatmen, tiefe, gleichmäßige Atemzüge durch die Nase ein und aus. Und noch zwei. Und komm dann mit dem Einatmen wieder in der Mitte an. Atme aus, atme ein, heb die Arme über die Seite nach oben an. Atme aus, über die Seite nach unten, bring die Fingerspitzen wieder zur Matte. Atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben, atme aus. Hol dir die Hände vor die Brust und lehne dich jetzt nach vorne. Setz die Hände auf und schau, ob du mit deiner Stirn nach unten kommst, Richtung Matte. Und lass hier deine Atem fließen. Mit deinem nächsten Einatmen schieb deine Hände nach vorne zum matten Anfang. Atme natürlich weiter. Und mit deinem nächsten Einatmen, Runde ein. Und komm langsam in den Vierfüßler, wo wir erstmal mit dem Becken kreisen. Du kannst die Kreise so klein, so groß beschreiben, wie du möchtest. Und dann komm langsam in der Mitte an. Atme ein, aus dem Bauch leicht hängen, schau nach oben, atme aus, Runde ein. Einatmen, schau nach oben, ausatmen, schau Richtung Nabel. Noch zweimal. Einatmen, schau wieder nach oben, halten. Ausatmen, Runde ein, schau zum Nabel halten. Und einatmen, komm zurück zur Mitte, neutrale Position. Nun kreisen wir mit den Schultern. Und auch hier liegt es an dir, wie groß oder klein du diese Kreise gestaltest. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Und Richtungswechsel. Letztes Mal. Komm dann in der Mitte an, öffne die Knie weit zum matten Rand, bring die Zehen aneinander und bring dein Po nach hinten und die Arme lang nach vorne. Senke hier tief ein und atme. Mit deinem nächsten Einatmen, hebe den Kopf, lauf mit den Händen auf die linke Seite und setz deine rechte Hand auf die linke. Gehe hier wieder nach unten. Du bringst deine rechte Seite so richtig schön nach unten, Richtung Matte. Spüre die Dehnung. Und dann wieder einatmen, anheben, über die Mitte nach rechts laufen und hier die linke Hand auf die rechte legen. Und dann auch hier langsam zurück zur Mitte kommen, hier in der Mitte nochmal tief eintauchen. Und mit dem nächsten Einatmen, bring die Hände ganz langsam Richtung Körper, verlagere das Gewicht nach vorne, schließe deine Beine wieder in der neutralen Position an und atme aus. Atme ein, streck den rechten Arm lang nach vorne, ausatmen, aufsetzen, einatmen, links, aufsetzen, im Wechsel. Letztes Mal pro Seite. Und dann geht es gleich weiter mit rechts. Der Arm geht nach vorne, einatmen, ausatmen, Ellenbogen nach hinten. Einatmen vor, ausatmen, Ellenbogen nach hinten. Letztes Mal. Arm vorne, Daumen nach unten, bring den Arm über die Seite nach hinten, Daumen hoch über die Seite wieder vor. Daumen runter nach hinten, einatmen, Daumen hoch nach vorne, ausatmen. Und letztes Mal. Und dann setzt deine Hand auf, links geht nach vorne, einatmen, ausatmen, Ellenbogen nach hinten, einatmen, vor. Und dann geht es gleich weiter mit rechts, einatmen, ausatmen, ausatmen, Ausatmen nach hinten, daumen hoch und wieder nach vorne. Atme tief. Letztes Mal. Und die Hand auf, einatmen, ausatmen, Gewicht nach hinten. Und dann atme aus, komm langsam wieder zurück nach vorne, wir gehen zurück an den rechten Arm. Einatmen, einatmen, nach vorne, ausatmen, Ellenbogen nach hinten, einatmen, vor, Daumen runter, ausatmen, zurück. Einatmen, Daumen hoch vor, ausatmen, Ellenbogen nach hinten. Wieder nach vorne und über die Seite nach hinten. Also die Kombination in deinem Tempo. Und die letzte Runde. Und dann setzen wir die Hand auf und das gleiche mit links. Nach vorne, Ellenbogen nach hinten, nach vorne und über die Seite nach hinten. Und dann setzen wir die Hand auf und über die Seite nach hinten. Und auch hier die letzte Runde. Und dann setzen wir die Hand auf, einatmen, Po geht nach hinten, ausatmen, schieb die Hände nach vorne. Stirn Richtung Matte oder gerne auf die Matte, wenn möglich. Und einatmen, runde ein, komm nach vorne durch, stell deine Zehen auf und nun heb die Knie circa fünf Zentimeter von der Matte an. Halte, atme, schau, dass deine Schultern über den Handgelenken sind. Und ausatmen, Knie ablegen, Füße ablegen, einmal tief atmen. Nacken, Nacken ist schön lang, bring die Ellenbogen nach innen. Stell deine Zehen wieder auf und heb die Knie wieder an. Wieder halten und schön weiter atmen. Aktiviere deine Körpermitte. Und langsam wieder senken, Füße ablegen, tief atmen. Und dann die Füße wieder aufstellen und die Knie wieder anheben, halten, atmen. Und ausatmen, langsam wieder ablegen, Zehen ablegen und jetzt drehen wir die rechte Hand nach außen, Finger zeigen zur Seite und die linke Hand nach außen, Finger zeigen zur Seite. Hier, schau nochmal, dass die Schultern wirklich über den Handgelenken sind. Stell die Zehen wieder auf, heb die Knie an, halten und atmen. Und langsam wieder ablegen, Zehen ablegen, bisschen mit dem Becken hin und her. Jawohl, und dann drehen wir die rechte Hand nach innen und die linke Hand nach innen. Jetzt gucken die Finger zueinander. Stellen die Zehen wieder auf und heben die Knie wieder an. Halten und atmen. Und langsam wieder ablegen, Zehen ablegen und dann bringen wir die rechte Hand in die Faust und die linke Hand in die Faust und stellen jetzt die Fäuste unter den Schultern auf. Stellen die Füße auf und heben beide Knie wieder an. Halten und atmen. Drei, zwei, eins. Langsam wieder ablegen, die Zehen ablegen. Lockere mal die rechte Hand auf, ein bisschen kreisen, ein bisschen schütteln und dann die linke Hand ein bisschen kreisen, ein bisschen schütteln. Und dann setzen wir wieder die Hände auf, Finger zeigen nach vorne, stellen die Füße auf und heben beide Knie wieder an. Und jetzt tippen wir hier gleich rechts auf mit dem Knie und links auf. Rechts, links, im Wechsel. Zwei pro Seite, letztes Mal und dann wieder aufsetzen. Zehen ablegen, Po geht nach hinten, Arme lang nach vorne, Stirn Richtung Matte. Tief atmen. Tief atmen. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Und zurück. Der Nacken ist ganz entspannt. Aktivierte Körpermitte, zieh deinen Nabel leicht nach innen. Nach hinten. Und beim letzten Mal bleiben wir hinten. Halten. Tief atmen. Und nun beginnst du hier die Beine langsam zu strecken, den Po nach oben und die Fersen nach unten. Jetzt gehen wir hier auf der Stelle, beuge das rechte Bein, schieb die linke Ferse nach unten und beuge links, schieb die rechte Ferse. Und dann beide Fersen nach unten, den Oberkörper nach unten in Richtung Matte bringen. Auch hier, dein Nacken ist ganz entspannt. Wir neigen gerade in solchen Positionen dazu, den Nacken anzuspannen. Du kannst den Kopf auch wirklich hängen lassen. Und dann öffnen wir das rechte Bein zur Seite, Mattenrand, Fuß aufstellen und das linke Bein. Und dann geh hier nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Und dann kannst du hier ganz langsam von Seite zu Seite schwingen, so ein bisschen nach rechts. Und über die Mitte ein bisschen nach links. Und je mehr du quasi das Gewicht nach hinten verlagerst, desto intensiver ist die Dehnung. Je mehr du zur Seite verlagerst, desto intensiver ist die Dehnung in der Innenseite. Jawohl, dann kommen wir in der Mitte an. Bring den linken Fuß zurück, bring den rechten Fuß zurück. Geh auf Zehenspitzen und dann beuge deine Beine, verlagere das Gewicht wieder nach hinten Richtung Po, so wie wir eben angefangen haben. Und dann bringst du die Schultern wieder über die Handgelenke und setzt die Knie auf. Leg die Füße ab und dann öffne die Knie wieder zum matten Rand. Bring den Po nach hinten und die Arme lang nach vorne. Mit deinem nächsten Einatmen, heb den Kopf an, lauf mit den Händen nach hinten. Und du hast es geschafft, eine wunderbar schöne Einheit um die Schultern, um die Oberarme ein bisschen zu stärken und zu definieren.